SCB 60 Seconds Drei Spiele die Woche gegen Genf, ZSC Lions und gegen die SCL Tigers. Beat Gerber über die Spiele dieser Woche. Wir müssen in die Play-Off Stimmung kommen und am Wochenende haben wir zu wenig gespielt. Und jetzt müssen wir den Play-Off Modus aktivieren und vorwärts schauen und unser bestes Spiel spielen. Von Erik Blum wollen wir wissen, was neben dem Quali-Sieg jetzt noch wichtig ist. Die Quali-Sieg ist natürlich viel. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch, wenn die Play-Offs starten. Es bleiben nicht mehr viele Spiele, um den letzten Finnschliff zu holen. Acht mögliche Viertelfinal-Gegner für den SCB. Befasst sich Erik Blum schon mit dieser Thematik? Ganz ehrlich gesagt so direkt noch nicht als ich nicht. Ich konzentriere mich wirklich auf unsere Leistungen. Vier grosse Spiele, vier Gegner, wo jeder wahrscheinlich bis auf den letzten Zentimeter kämpfen wird. Und für uns ist es auch extrem wichtig, gute Match- und vor allem Siegen herzubringen. Und darum konzentrieren wir mich mehr auf uns.